In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich... Hi ihr Lieben, ja, ich wollte heute eigentlich einen Blog hochladen, aber unser Internet funktioniert nicht. Ich habe schon bei netcolon angerufen und die schicken morgen direkt jemanden vorbei. Das ist auch super. Ich habe das erste Mal Probleme mit dem Internet, vorher hatten wir noch nie Probleme. Ich hoffe, das ist jetzt in ein paar Stunden geklärt schon, aber... Ja, ist ja nett, dass sie direkt morgen jemanden schicken. Dann habe ich eine Einkaufsliste gemacht. Ich hatte mir, wo ich noch neu mit Aude zusammengezogen bin, einen Blog gekauft. Ich zeige euch das hier mal. Ich habe übrigens mein Maxi-Kleid an von meiner Schwiegermama, die hat mir das damals geschickt. Und zwar ist das das hier, da ist auch eine CD bei, glaube ich, ne? Okay, die CD ist jetzt nicht drinnen. Ich weiß auch nicht, wo die ist. Ist ja nicht schlimm. Genau, und ich habe mir ein paar Rezepte rausgeschrieben, die ich nachkochen möchte. Das sind auch Rezepte, die ich eigentlich auch so kenne, aber kennt ihr das? Ihr braucht manchmal was Neues, was ihr vielleicht noch nicht gemacht habt oder lange nicht gegessen habt. Ich habe jetzt eine Einkaufsliste gemacht, wir gehen gleich einkaufen, aber das ist gerade beim Fußball. Und diese Woche gibt es bei uns Joghurt-Suppe, Bangya, Shekdi, Cholbas mit Tomaten. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt sagt. Danach Kartoffelsalat auf türkische Art. Nohutiermehl, das ist mit Kichererbsen. Dann Schnitzel und frische Bohnen, also grüne Bohnen. Ja, ich mache mich jetzt fertig, Lena macht ihr Mittagsschlaf. Und dann muss ich das Wohnzimmer aufräumen, weil wir haben gerade gespielt. Ja, und dann kommt auch Outer und ich muss die Wäsche aufhängen. Ich ziehe mich jetzt kurz um, dann nehme ich euch mit. Okay. Und dann geht's. Das war's für heute. Das war Pidei. Mach doch beim Runze mal. Ich zeig mal kurz was wir gekauft haben. Lena, willst du Pizza essen? Komm, mach Fernsehen. Das ist Pizza. Lena. Warte, komm mach Fernsehen. Zeig sie. Einer auf du guckst. Gibt noch Kontrolle. So. Wir waren jetzt gerade einkaufen. Ich zeig euch mal kurz was wir gekauft haben. Wir haben hier noch Pizza. Lena, willst du keine Pizza essen? Die ist noch warm. Nein. Mein Getränk tust du bitte unten, Schatz. Nein. Nein. Gib Papa diese Tabletten. Dann soll er das trinken. Jetzt nicht, jetzt nicht. Gleich, gleich. Gleich. Egal, lass das mal. Aber will doch nicht annehmen. Willst du deinen Joghurt essen? Nein. Das hier? Ja. Dann nimmst du einen Löffel. Dann nimmst du einen Löffel. Wir haben einmal Toast gekauft. Ja, das muss ich dann hochheben. Dann haben wir ein arabisches Brot. Geflügelfleischwurst. Also, ja, Fleischwurst steht drauf. Aber man hält so viel. Dann hat auch den Felina diese Kastanien mitgenommen. Ja, ich mag es total. Dann von Lorenz dieses Snack. Sie wollte jetzt Salz steigen und dachte mir, dann holen wir sowas, wo alles drin ist. Dann kann sie sich bedienen. Dann zweimal diese Butter. Also, wenn ich den Reis mache, dann benutze ich immer diese Butter. Damit schmeckt das tausendmal besser, als mit der, äh, mit so einem Butter ohne Marke, finde ich. Dann einmal Keschelkerne. Eier von Bauern. Brötchen. Dann haben wir einmal Trauben. Also, ich hole immer die hier. Ihr habt ja gefragt, was ich benutze für mein Reis. Das ist das hier. Das sind so Spaghetti, aber in klein halt, ne? Und die Mozzarella. Vielleicht machst du auch gleich ein Problem, ne? Ja. Und für Lina, Tücher. Iggy, mein Alami. Scheiße. Was war das? Hä? Was war das? Ja, Mann. Dann haben wir fünf Kilo Reis gekauft. Es gibt es auch immer fünf Kilo. Und für uns lohnt sich das nicht, immer ein Kilo zu kaufen, weil das reicht nur für zwei, drei Mal. Und dann haben wir einmal Öl mitgenommen. Joghurt. Zwei Mal Mais. Dann Croissant-Teig. Für mich haben wir einmal so einen Conditioner mitgenommen. Meinen finde ich mittlerweile zu teuer. Zwei Äpfel. Zwei Äpfel. Zwei Mal von Monte. Äh, diese Joghurt bekommen von Barbie. Ist das eine Serie? Ja. Wie viel Prozent? 98? Ja. Krass. Dann einmal Erbnüsse. Frischkäse. Warum guckst du nicht bei Amazon, Schatz? Das läuft auch weiter. Dann einmal Maren. Oh, das kennen wir nicht, ja? Kennen wir nicht? Das haben wir noch nie geguckt. Kannst du das bitte ins Bad bringen für Baba? Nochmal Mais. Nochmal Butter. Dann Zwiebelchen. Dann haben wir an Okraschoten gekauft. Das werden wir morgen sehr wahrscheinlich machen. Dann Orangen. Und dann Zwiebeln. Und dann Zwiebeln. Entschuldigung. Weißt du wie Junge auf Kodisch heißt? Wie denn? Andomi. Andomi? La sie will kommen. Dann zwei Kanatapfel. Mama, Milch, Tomaten und Tomatenmark, also wir nutzen immer Dessert und ich kann es voll empfehlen. Das muss eigentlich jeder in unserer Familie. Dann Cashewkerner und zwei Gurken, das war es auch. Der Rest, also Wasser und so haben wir jetzt im Auto. Nee, Wasser und so haben wir eine Kiste mit hochgenommen und den Rest, der ist unten. Ich fange jetzt kurz eins ein. Wenn wir Erwachsene überreichen uns die großen Geister einen Tod, das uns dabei lief, unseren Weg durchs Leben zu finden. Manche von uns lassen sich vermutlich sein. Anstatt dass ich die Essen in dieser Tür. Manche von uns schön leid. Kenai, bist du mir vergisst? Aufgeregt. Das solltest du auch, es ist etwas Besonderes. Kenai, ich war auf dem Bern, wo die Lichter die Erde berühren. Und die großen Geister haben mir dort oben dein Tod heraufgenommen. Um ein Mann zu finden, soll ich bei all deinen Tagen nur alle steigen. Dein Tod heraufgenommen.